So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mario Party hier auf meinem Kanal mit dem xfuckingbane... xfuckingbanefk. Der Name ist zu schwer. So, es geht los. Würfeln, 4, easy. Ich auch. Hey, schon wieder. Oh, Gott. Alter, ist die Webcam gerade unscharf. Danke, dass du fokussierst. Und scharf. Hast du das Wort schon mal gehört? Unscharf? Ja, natürlich. Guck mal, da bist du da. Du bist Peach, ich bin Mario. Ja, und du guckst in die falsche Richtung. Ich guck dich nicht an. Ver drin. Ja, genau. Du musst immer in die... Oh, leu. Die andere Merk. Okay. Muss man hier übrigens springen am Anfang? Nein, nein, da kommst du auch so rüber. Über den sieben Block. Ja. Cool. Ich bin erster. Ich auch. Oh, Gott, jetzt... Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Lappen. Wo soll ich wissen, dass da Wasser ist? Sieht man nur nicht. Nee, ich nicht. Du bist ja auch blind. Gut zu wissen, dass man im Wasser stirbt, ne? Ja. Du bist runtergefallen. Also erst? Und du bist so? Nein. Ach, schade. Ich bin doch nicht so ein Noob wie du. Oh, leu. Das ist ja die richtige Mario. Ach. Ach, Erik. Du Blitzmerker. Runde 2 von 2. Gut. Das ist eine zweite Runde. Nein. Leu. Was habe ich da gerade gemacht? Erst mal kratzen. So. Hey, leu. Hier laufen Pferde ohne... Ohne Reise. Ja, das ist Buggy. Ich bin dritter. Ich bin dritter. Jetzt nicht mehr. Komm schon, bitte. Ja. 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 Komm schon. Nein. Ich habe wieder gesneakt. Oh Mann. Mann. Was? Hä? Ich habe wieder gesneakt. Warum mache ich das? Wir haben gerade eben schon eine Runde gespielt. Da haben wir auch Dings gespielt. Und da habe ich auch gesneakt. Vier. Wie hässlicher. Was hast du gewürfelt? Ich habe zwei. Ich gucke nicht mehr nach hinten, ne? Kennst du ja von mir. Dead Game. Oder vielleicht Mario. Ja. Das ist geil. Weißt du, der wurde dritter. Drei Felder nach vorne. Easy Bowser. Also. Ein Opfer. Ja. Dritter. Mann. War schon acht Felder nach dem Ding. Nach dem Typen Magma-Regen. Geil. Ich wurde zweiter, ne? Kann das. Hey, du wurdest doch nicht zweiter. Doch, ich wurde zweiter. Nein. Doch? Beim Magma-Regen. Doch, ja. Ja, in der vorherigen Runde, ja. Ja. Oh Gott. Ah, das kommt aus dem Vulkangeschoss. Ach, Erik, du Blitzmärker. Gott. Das fällt einfach so vom Himmel, so Armageddon. Ja, genau. Guckst du immer nur nach oben, oder guckst du auch mal auf den Boden? Ich gucke nur nach oben. Ich schnieg halt, ne? Wer macht das nicht? Oh mein Gott, zurecht auf mich zu. Ich lebe noch. Oh mein Gott. Nein. Uh. Oh Gott. Oh. Hä? Wie? Das hat mich nicht getroffen. Letzt. 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 Das hat mich niemals getroffen. Ich wusste das nicht, aber ich wurde dritter, ja? Ja, ich wurde nicht dritter. Ich wurde elfter. 6 und 3. 6 und 3. Wie viel kriege ich, wenn du 6 und 3 würfelst? Du kriegst von mir 10 Euro. Okay. Und, was hast du gewürfelt? Ja, okay. Ich hab jetzt noch verkauft. 3 und 1. Gut. Ich hab ne 4. Wir haben genau das gleiche gewürfelt. Bowser fällt. Komm schon. Nein, 4 Felder zurück! Ja! Mann, mir ist lustig gewesen. Jetzt 4 Felder noch nach vorne, ey. Schießstand. Du bist 6er. Ich bin 7er. Okay, Schießstand, komm. Wo bin ich? Hier neben dir. Wow, wir sind wirklich genau in der Mitte, ne? Guck mal, hier ist schon kein Dings mehr. Weil das so weit in der Mitte ist. Alter, ey, ey, ey. Oh, man muss schießen, ne? Ich hab keinen einzigen getroffen. Ich treff grad alles. Du bist richtige Maschine. Ich bin grad erster. Okay, bei uns kommt einfach gar kein Twonies, ne? Ich hab null. Du bist jetzt Hund. Ich bin nicht mal auf der Liste drauf. Oh Gott. Ich weiß nicht wie ein Zombie. Ich hab ein TNT-Zombie gekippt. Es gibt mir keine Punkte, welchen TNT-Zombie gekippt. Ne. Ne. Ich hab schon wieder ein TNT-Zombie gekippt. Boah, lol. Zwei Goldene direkt hintereinander. Hey. Ich bin grad Zweiter. Jetzt endet doch, Scheißspiel. Zweiter. Jawoll. Oh ja, okay. Der war neun von mir entfernt, Alter. Ich bin elfter. Okay, wie krieg ich eigentlich sechs Würfel? Komm, jetzt. Sechs und fünf. Vier. Geil. Ey, bei vier ist wieder ein Bowserfeld. Und ne Fünf. Jawoll. Ne neun insgesamt. Oh, der Typ hier hat ne Eins gewürfelt, dann Brunk gewürfelt. Drei. Ich bin Dritter. Und bin sieben Felder zurück. Hä, kann man keine Zahlen stellen? Ich bin Zweiter. Und bin trotzdem noch sieben Felder zurück. Heiße Kartoffeln, oh Gott. Oh. Okay. Let's go. Ich weiß, wie geht das? Wie geht das? Äh, am Anfang werden... Ja, genau. Du musst schlagen, um die heiße Kartoffel zu übergeben. Und du kriegst Speed. Kannst du mich aufhören, mich zu schlagen? Ich bin die heiße Kartoffel. Ja. Easy. Ich hab sie wieder abgegeben. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was sind das denn grad für Geräusche? Nein. Ich hab sie grad abgegeben und bin gestorben. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Drei, zwei, eins. Oh, ich bin die heiße Kartoffel. Oh, und gibt's so ne Anzeige, ne? Ja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abgegeben. Jawoll. Power-up. Power-up. Scheiße. Was? Warum ist der Dritte geworden und ich nicht? Weil du zuerst ausgeschieden bist. Wir sind in der gleichen Runde ausgeschieden. Wir sind in der gleichen Runde ausgeschieden. Das kann mir keiner sagen. Und ich bin 15. Hacker. Oh Mann, ey. Eine 2. Ja, komm, eine 2. Ich hab auch eine 2. Ja, interessiert mich nicht. Oh, der nimmt mir hat eine 1. Ich bin 4. Und? Vier Felder zurück. Jawoll. Du hast dir 2 gewürfelt und du wunst vier Felder zurück. Ich bin 11. Replika. Okay, komm, komm. Jetzt konzentrieren. Okay, jetzt wirklich konzentrieren. Jetzt bin ich leise. Ja, jetzt bin ich leise. Ich auch. Hallo. Guck mal neben dir. Okay, komm. Man hat Night Vision. Warum hat man Night Vision? Oh mein Gott. Das ist ja mega kompliziert so. Das ist ja eine Schlange. Sagt mir das mal jemand. Leute, es sind ja vor... Wo ist denn da mit schön rot? Ich kann das nicht erkennen. Ich hab eine rot-grüne Schwäche. Zweiter. Oh mein Gott, ich hab's falsch gemacht. Okay, ich hab echt eine rot-grüne Schwäche. Aber na gut. Siehst du wirklich die Blöcke nicht? Ja, doch. Ja, das hatte ich. Das hatten wir schon mal. Ja, da war ich Erster. Nee, du warst noch nie Erster. Doch. Da sind nur Noobs drin. Außer natürlich... Ja. Ja, was hab ich da grad gemacht? What the fuck? Nur noch ausfüllen. Nur noch ausfüllen mit blauer Farbe. Ich bin so schlecht. Ich bin Erster. Aber ich will jetzt nicht halten. Hä? Alter. Was machst du denn? Das war ich grad auch. What? Was hab ich da gemacht? Wir sind alle... Wir sind alle... Guck mal auf die... Auf Scoreboard. Ja. Konzentrieren. Ich baue es falsch. Warum auch nicht? Oh, ich dachte, da hätte es gerade einer geschafft. Ich hab' ich grad' auch gedacht. Da kommt schwarze und da kommt schwarze und dann nur noch weiß. Nein, was mach' ich denn? Ja! Nein! Hätt' ich auf's falsch gemacht. Ich hab's falsch gemacht. Ich bin zweiter. Ich bin zweiter. Fünf... Ich bin bei Gun Game gestorben und hab' dann auf X gedrückt. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Mann, ich musste gegen drei kämpfen mit einer Eisenschaufel. Hier kein Spieler. Unfair. Jetzt schon wieder! Mann! Ich hab zwar nicht auf X gedrückt, aber trotzdem hab' ich was gemacht. Nein, Skyfish darf jetzt nicht gewinnen. Skyfish hat gewonnen. Und ich bin 15. da gewonnen. Wow. Ich bin zwölfiger geworden. Damit ist das Game vorbei. Safe. Ich muss jetzt nur noch so gut würfeln wie möglich. Ne sechs. Ne fünf! Okay, das ist ganz so schlecht. Ne sechs! Ja, wow. Interessiert mich nicht. Du bist trotzdem noch Elfter. Ne, bin ich nicht! So, komm, 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 komm. Du willst jetzt ein Bowser-Feld? Bowser-Feld! Bitte! Und? Drei Felder nach vorne! Ich bin zweiter! Geil! Oh mein Gott, ich war auf Feld 18 und wurde drei Felder nach vorne gemacht. Ja. Alter, was ein Glück! Jawoll! Ich überdöse die Abbot. Ja, mach du die Abbot. Ich überdöse die Abbot. Okay, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, ne, dann würde ich den Joel freuen, wenn ihr den Daumen nach oben gebt. Und vergesst nicht zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, tschüss bis zum nächsten Mal.